Herzlich willkommen zu einem neuen Meditationserlebnis und heute schauen wir uns wieder deinen Fokus an. Wir schauen uns die Kraft an, wo du dich mental wirklich auch hinfokussieren kannst, wo du dich hinrichten kannst, wo du wirklich sagst, wo richte ich meine Aufmerksamkeit hin, denn da fließt dir dann am Ende des Tages auch deine Energie hin und deine Energie sollte gerade in so turbulenten Zeiten, wie wir es heute haben und in der Gegenwart erleben, natürlich wieder zu dir zurückfliegen oder fließen, fliegen kann sie auch. Auf jeden Fall geht es darum zu sagen, die Energie fließt zu mir zurück und dadurch rücke ich mich selber in den Fokus. Wieso verlieren wir denn den Fokus? Wieso verlieren wir denn die Aufmerksamkeit? Du kannst über jede Werbung, jegliches Social Media Kanal, du kannst über alles, was eigentlich nach außen ist, auch Familienmitglieder, du kannst deinen Fokus verlieren und bist dann mit deinem Gedanken wieder mehr im Außen als bei dir selber. Und darum ist es wichtig, dass eigentlich deine Hauptenergie wieder wie so ein Perpetuum mobile immer zu dir selbst zurückfließt. Das heißt, dass du dich selber auch wieder auftanken kannst und wieder in den Fokus reinkriegst, was für dich wirklich wichtig ist. Und ich lade dich da gleich mal dazu ein, dass wir da jetzt sehr aktiv beginnen. Das heißt, ich lade dich jetzt einmal ein, die Augen nicht so schließen wie normalerweise bei der Meditation, sondern du atmest mal tief ein und wieder aus und legst deine Handflächen, die kannst du vorher auch noch ausschütteln und ein bisschen reiben, wenn du möchtest, und legst deine Handflächen über deine Augen. Also das heißt, ich mache es jetzt nur mit einer, du legst deine Handflächen über deine Augen und lässt aber deine Augen ganz sanft, ohne Druck, legst einfach die Handflächen darauf und lässt aber deine Augen geöffnet unter den Handflächen. Also du machst nicht zu, sondern du lässt deine Augen geöffnet. Und jetzt lade ich dich dazu ein, dass du dir mal vorstellst, Energie, Aufmerksamkeit fließt durch deine Augen raus aus deinem System. Das kannst du dir wie so Lichtstrahlen, wie so Bewusstheitsstrahlen vorstellen. Die fließen raus aus deinem System. Okay, und jetzt sind deine Handflächen wie Spiegel, wie Umleiter und es fließt durch deine Hand die Energie zurück in dein System. Machen wir das mal gemeinsam. Also aus meinen Augen fließt die Energie raus und fließt direkt über meine Handflächen in mich zurück. Und die fließt ganz in deine Mitte, in dein Zentrum rein. Du kannst dir das vorstellen, entweder zum Nabelschakra, wie es die Liebe ist, Solaplexus, Nabelschakra, aber auf jeden Fall in deine Mitte rein. Und da fließt die Energie jetzt zu dir zurück. Und du lässt jetzt die Hände auf deinen Augen und lässt jetzt einfach mal deinen Bewusstheitsstrom zurück in dich fließen. Atme tief ein und wieder aus und visualisiere, wie diese Energie von deinen Augen in die Handflächen fließt. Und von deinen Handflächen zurück in dein System und tief in dein Zentrum. Und du musst gar nichts tun. Deine Energie fließt jetzt automatisch zurück zu dir. So wie du die Welt jetzt mit deinen Augen quasi ausgeblendet hast, so bleibt der Fokus jetzt in deinem Inneren. Und dann schließt du deine Augen unter deinen Handflächen und deine Augenlider machen das, was die Handflächen gemacht haben. Die machen das weiter. Das heißt, du hast jetzt geschlossene Augen und deine Energie fließt aber in dich, in dein Zentrum. Und nun lade ich dich ein, ganz sanft deine Handflächen an deine Ohren zu halten. Du musst sie nicht ganz zuhalten, dass du es gut hören kannst, sondern nur sanft. Und die Energie, die aus deinen Ohren hinaus fließt in die Welt, wird nun auch von deinen Handflächen zurückgespiegelt in dich, in dein Zentrum. Und erlaube dir, das mal wahrzunehmen. Und wenn du so eine leichte, ich sage mal so eine Muschelform formst mit deinen Handflächen, dann hörst du vielleicht auch so ein bisschen so Rauschen, wie von einem Ozean, wie von einem Meer. Und das ist so das Rauschen der unendlichen Energie. Und diese Energie fließt jetzt zu dir. Das heißt, deine gesamte Aufmerksamkeit fließt jetzt in dein Zentrum, von deinem Hören und von deinem Sehen. Und nun erlaube dir jetzt, deine Gedanken auf dieses Licht in deiner Mitte zu fokussieren. Also alles, was dir im Kopf jetzt umgeht, ist nicht mehr wichtig. Der einzige Fokus, auf den du jetzt dich konzentrieren kannst, ist das Licht in deiner Mitte, ist dein Zentrum. Und dort begegnest du deinem Ich, deinem wahren Selbst. Du begegnest dir selbst in deinen Gedanken. Und nenn dich wirklich beim Namen und sag, Hallo, schön, dass ich dich treffe. Schön, dass ich dich in deinem Wesen wahrnehmen kann. Schön, dass ich da bin. In diesem Augenblick, in diesem Moment, in Zeit und Raum. Und du kannst jetzt auch gerne, wenn du es noch nicht gemacht hast, deine Hände von den Ohren nehmen und gerne zu deinem Nabel führen oder deinem Solaplexus und da auch noch mal so quasi dir vorstellen, dass du so dein Zentrum hältst. Ich halte meine Energie ganz klar bei mir. Ich bin die Beauftragte, der Beauftragte meiner Lebensenergie, in meinem Leben. Ich bin die Hüterin, ich bin der Hüter meines Lebens. Und mach dir bewusst, dass du die Schutzbeauftragte bist, der Schutzbeauftragte für deinen Energielevel. Jede Stimmung oder Verstimmung ist deine Entscheidung. Jede Stimmung oder Verstimmung ist deine Entscheidung. Du bist die Hüterin, der Hüter deiner Lebensenergie. Und in diesem Brennpunkt deiner Energie, in diesem Fokus, erlaube jetzt, dass alles dein System verlässt, was nichts in deinem Leben zu tun hat, was rausgehört. Störe Friede, Quälgeister, sinnloseste Gedanken, alte Sehnsüchte, Hoffnungen, Träume, was sich einfach überholt hat schon. All das darf abfallen und es darf deine Essenz übrig bleiben. Im Hier und Jetzt, im Zentrum deines Bewusstseins. Ich bin die Hüterin, der Hüter meiner Lebensenergie. Ich bin absolut präsent im Hier und Jetzt. Und nachdem du diese Präsenz, diese Verwurzelung im Hier und Jetzt spürst, kann nun alle Erschöpfung, alle Abnutzung, alles, was sich in deinem Nervensystem, in deinem Gehirn aufgesammelt hat, kann nun gereinigt und entfernt werden. Alle Schlacken, alles, was mühsam ist, alle Irritationen, alle Verführungen, alles, was nicht zu dir passt, kann jetzt dein System verlassen. Alles, was der Gegenwart und deinem Bewusstsein, deinem Licht widerspricht, verlässt nun dein Feld. Alles, was nicht meinem Licht im Hier und Jetzt entspricht, verlässt mein Feld. Ich bin die Hüterin, ich bin der Hüter meines Bewusstseins. Ich strecke mich hoch ins Licht des Himmels hinaus und tief in die Sicherheit der Erde hinein. Ich bin die Hüterin, ich bin die Hüterin und Hüter meiner Lebensenergie, meines Bewusstseins. Und ich bitte nun, um die Inspiration der geistigen Welt mir beizustehen und meinen Fokus halten zu können auf die Dinge, die meinem Leben, meiner Lebensenergie entsprechen. Und alles, was mich klein hält, krank macht oder blockiert, verlässt mein Leben und meine Gedanken. Weil ich diesen Ablenkungsenergien, diesen Manipulationsenergien, diesen Quälgeistern keine Energie mehr zur Verfügung stelle. Ich bin Hüterin und Hüter meiner Energie. Und im Hier und Jetzt erdest du dein höchstmögliches Bewusstsein, löst jegliche Erschöpfung aus deinem System und fühlst dich würdevoll, frei und inspiriert. Und du spürst, dass dein gesamtes System, jede Zelle deines Körpers sich auf das Höchste einschwingt und dass du absolut eins mit dir und dem Wesen allen Daseins bist. Und aus dieser Kombination, ich bin Teil des ewigen Flusses, aber ich bin Hüterin meiner Energie, erwächst nun dein Fokus, deine Klarheit, deine Zielsetzung. Und du atmest jetzt diesen Fokus tief ein. Und noch zweimal, also dreimal insgesamt, tief einatmen. Und noch mal. Und du spürst, dass du ruhig bist und dass du klar bist, dass du dich selber nicht hinterfragst und absolut in deiner puren, höchstmöglichen Energie ab heute weitergehst und weitermachst. Und als Symbol erhältst du noch von der geistigen Welt einen Schlüssel, ein Symbol erhältst du, das wirklich dafür steht, dass du die Hüterin oder der Hüter deiner Energie bist. Vielleicht ist es ein Herz, vielleicht ist es ein Schlüssel. Schau einfach mal an ein Symbol, welches dich als Hüterin, als Hüter für deine Lebensenergie einsetzt. Du kriegst jetzt dieses Symbol und spürst das und bedankst dich bei der geistigen Welt für diese Einweihung in deiner Energie. Und du atmest tief ein und wieder aus. Bewegst deine Arme und Beine, streckst deinen Körper durch, nimmst noch mal das Symbol wahr und das Bewusstsein, dass du Hüterin und Hüter deiner Energie bist und dass du da jetzt auch die Einweihung in deiner Energie erhalten hast. Eine Rückerinnerung. Fühlst dich klar, frei und entspannt und kommst in deinem Tempo, in hier und jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Also streck dich mal durch und wenn du dich wieder gut spüren kannst, kannst du dich an alles erinnern und öffnest deine Augen. Beweg dich einfach noch mal ein bisschen, streck dich durch und fühl noch mal nach. Wie ist es dir gegangen während dieser Meditation? Welche Bilder hast du vielleicht empfangen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Die Bilder brauchst du jetzt nicht im Detail beschreiben, aber einfach, wie es dir geht und wie es dir gegangen ist, weil das Symbol sollte einfach was sein, was deins ist. Und ja, ich freue mich natürlich über deine Kommentare. Schreib es mir gerne rein. Und wenn du Zeit und Lust hast, an dir selber weiterzuarbeiten und intensive Transformationsarbeit zu betreiben, dann kann ich dich einladen am 25. also kommenden Sonntag in Linz live zum Pluto-Workshop, also Pluto-Ahnenthemen und Karma lösen, wo man ganz tief reingeht anhand des Horoskops. Ich blende den dann eh noch mal ein. Anmeldung findest du auch in der Videobeschreibung und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Entweder bei einem Workshop, bei einer Sitzung online oder auch live hier bei mir in Linz. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, alles Liebe aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020